Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich den Dyson V10 und V11 Schalter tauschen und somit natürlich auch unseren Akkustauber zerlegen können, wenn wir diesen roten Taster hier wechseln müssen, da unser Staubsauger einfach immer wieder ausgeht. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Nach circa drei Jahren funktioniert mein Akkustauber hier eigentlich immer noch relativ gut. Das einzige Problem ist, wenn ich den Schalter hier unten durchgehen drücke, dann geht der Staubsauger trotzdem immer mal wieder aus. Und da am Anfang dachte ich eigentlich, dass es hier unten an dem Akku liegen müsste, aber nach einer kurzen Recherche kommt raus, dass dieser rote Taster hier normalerweise innen drin gebrochen ist, weswegen wir diesen natürlich auch gegen einen neuen austauschen. Diesen Ersatzschalter habe ich übrigens auch in der Videobeschreibung unten drunter verlinkt und das Ganze funktioniert beim V10 und beim V11 relativ ähnlich. Zuerst einmal muss ich meinen Akku abbauen. Hierfür gibt es drei Kreuzschrauben, zum einen hier oben und zwei hier unten, die ich mal mit einem einfachen Kreuzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn löse. Und dann halte ich den Griff mal mit einer Hand fest und mit der anderen Hand kann ich den Akku auch schon nach unten ganz einfach rausziehen. Im nächsten Schritt entfernen wir unseren Behälter hier oben. Hierfür einfach diesen roten Hebel einmal mit etwas Schmackes nach vorne drücken, dass auch hier vorne die Klappe aufgeht. Und dann erkennen wir hier auf der Unterseite nämlich auch seinen Pfeil. Den drücke ich jetzt einfach mal rein und kann gleichzeitig auch schon den Behälter nach vorne entnehmen. Den blauen Filter auf der Rückseite entfernen wir, indem wir ihn einfach etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann können wir ihn auch schon herausnehmen. Und wir können sechs weitere Kreuzschrauben mit einem langen, flachen Kreuzschraubendreher lösen. Das wären diese vier hier oben und auf der Unterseite. Da befinden sich auch nochmal zwei Schrauben. Und wir können auch schon unser Gehäuse mit etwas Ruckel nach hinten runterziehen. Damit ich bei den Schrauben den Überblick nicht verliere, lege ich mir diese pro Schritt einfach mal sauber hin. Und jetzt können wir auch noch hier dieses weiße Gehäuse mal noch reinigen, dass der Staub danach auch nicht auf die Platine dahinter gelangt. Das können wir am besten mit einem Kompressor oder auch mit einer weichen Bürste draußen machen. Wenn es dann grob sauber ist, benötigen wir mal noch einen T8 Torx Schraubendreher und müssen diese beiden Schrauben hier öffnen. Und wir können das weiße Gehäuse auch schon entfernen, indem wir mal hier außen bei der weißen Nase und auch auf der anderen Seite das Ganze mit einem flachen Schraubendreher nach oben weghebeln. Das weiße Gehäuse hängt übrigens an zwei Kabel mit dran, deswegen wir dieses auch nur leicht nach vorne einmal runtergeben können. Und da erkennen wir jetzt auch schon zwei solche Schrauben drunter, die wir auch mal noch gegen den Uhrzeigersinn entfernen. Falls sich dann den beiden Schrauben übrigens auf gar keinen Fall lösen lassen, dann am besten mal noch mit irgendeiner Zange probieren, das Ganze hinten außen anzupacken und gegen den Uhrzeigersinn etwas zu lockern, bevor wir natürlich uns den Torx-Aufsatz hier innen drin zerstören. Außerdem kann es bei dir sein, dass sich hier innen drin noch eine silikonartige Schutzschicht drauf befindet, dann haben wir eigentlich keine andere Wahl, als dass wir diese Schutzschicht probieren, hier außen mal etwas zu lösen oder zum Beispiel auch mit einem Zahnstocher etwas abzukratzen, dass wir an die beiden Schrauben und vor allem auch an diesen einen Kontakt hier unten richtig hinkommen. Diesen weißen Stecker, an dem das schwarze und rote Kabel dranhängen, müssen wir nämlich auch noch entfernen. Hierfür am besten einfach einen flachen Schraubendreher nehmen und von hier oben probieren, das Ganze nach oben wegzuziehen. Damit wir unsere Platine gleich rausziehen können, müssen wir mal noch mit einer Spitzzange am besten hier auf diesen Kontakt drauf gehen und ihn einfach mal etwas weiter nach oben umbiegen, dass die Platine auch daran vorbeikommt. Dasselbe Spiel machen wir natürlich dann auch mit dem zweiten Kontakt hier hinten. Und wir können das ganze Bauteil auch schon nach hinten rausziehen. Auf der Unterseite befinden sich zwei weitere Schrauben, die wir gegen den Uhrzeigersinn lösen müssen. Da kommt man jetzt zwar etwas schwer dahin, aber es ist auf jeden Fall auch möglich. Biegen uns die beiden Kontakte jetzt noch etwas gerade hin, dass diese danach auf jeden Fall auch durch die Öffnung hier hinten nämlich durchpassen. Dasselbe Spiel mache ich natürlich bei diesem hier auch, da es sonst wirklich sehr schwer wird. Hebel mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig einmal auf der linken und auch auf der rechten Seite diese Nase etwas ein. Und dann normalerweise sollte sich nämlich auch schon der Deckel hier nach oben etwas lösen. Fädel mir die beiden Kontakte und natürlich auch den Stecker durch diese Öffnung hier vorne hindurch. Löse auf der Unterseite, wo mein Akku drin gesteckt ist, mal noch eine Torxschraube, die wirklich weit drinnen sitzt. Und kann dann auch schon mit meiner Spitzzange einmal hier hineingreifen und vorsichtig diesen Schalter mit den Anschlüssen hier oben rausziehen. Wie erwartet ist der Schalter gebrochen, was bei so einem teuren Gerät wirklich ein Witz ist. Aber für mich ist das jetzt gut, da haben wir natürlich auch reparieren können. Und zuerst einmal müssen wir hier auf der Seite diese rote Halterung entfernen. Das selbe Spiel mache ich jetzt auf der anderen Seite genauso. Und dann können wir nicht auch schon unseren kaputten Halter hier einmal rausziehen und schauen einfach, dass diese Feder hier nur auf der schwarzen Spitze mit drauf bleibt. Den neuen Schalter, welcher an dieser Stelle auch nochmal extra verstärkt ist, bauen wir jetzt natürlich in umgekehrter Reihenfolge ein. Bedeutet, der alte kommt erst einmal weg. Ich schaue, dass ich meine rote Spitze hier auch in die Feder wieder hineinbekomme. Und dann können wir einfach mal hier oben etwas aufbiegen, dass natürlich der Schalter auch in unsere beiden Halterungen hier wieder einklipst und somit auch wieder richtig funktioniert. Die Kabel vom Schalter biege ich mir mal etwas gerade hin, dass ich sie auch gleich leichter reinbekomme. Und dann muss ich einfach schauen, dass ich diese einmal wieder von unten hier hineingebe. Und hier oben müssen natürlich die zwei Kontakte auch wieder durchschauen. Das ist einfach eine Fuselarbeit, wo man sich natürlich auch etwas Zeit lassen sollte. Bei mir schaut es gut aus, weswegen ich die Schraube von unten auch einmal wieder festdringen kann. Wenn ich von hier unten jetzt mit meinem Finger auf diesen roten Punkt draufgehe, dann geht mein Schalter auch vor und zurück, so wie es sein soll. Was auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, weswegen wir von hier oben jetzt auch schon wieder unsere Schutzabdeckung richtig durchfädeln können. Von oben die Abdeckung mit den zwei Schrauben wieder befestigen. Unseren Motor von vorne einmal wieder einsetzen und natürlich darauf achten, dass hier unten die Kabel auch auf jeden Fall bei der entsprechenden Öffnung richtig durchgehen. Die zwei Kontakte wieder nach oben biegen, dass es danach natürlich auch richtig sitzt. Mit den zwei passenden Schrauben wieder festdrehen. Den Stecker vom schwarz-roten Kabel mit viel Fingerspitzengefühl einmal in unseren Halter hier vorne wieder richtig reinklipsen. Und darauf achten, dass das Kabel auf jeden Fall auch wie zuvor hinter diesem schwarzen Größenkabel entlang fährt. Die weiße Schutzabdeckung wieder aufsetzen und etwas dagegen drücken, dass diese zwei Nasen hier auf jeden Fall hörbar einrasten. Und mit den zwei Schrauben hier unten wieder festdrehen. Den vorderen Teil wieder richtig herum aufsetzen. Mit den vier Schrauben auf der Rückseite festdrehen. Auch die zwei unteren Schrauben wieder festdrehen. Den Filter von hinten aufsetzen und etwas im Uhrzeiger sind drehen. Den Behälter von vorne richtig herum aufsetzen, ganz nach hinten geben und auch die Klappe wieder schließen. Den Akku von unten einmal hinein schieben, dass er auch einrastet. Mit unseren drei Schrauben wieder befestigen. Und wir können ihn mal wieder auf Funktion überprüfen. Bei mir läuft er wieder durchgehend, weswegen wir den kaputten Schalter auch schon richtig ausgetauscht haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Ersatzschalter, passende Schraubendreher, weiteres Zubehör, wie zum Beispiel so ein Ersatzfilter oder dann doch auch gleich einen neuen Dyson zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.